I wish you had my imagination Und damit herzlich willkommen zu dem monatlichen Hall of Heroes Video, wo ich euch die aktuelle Hall of Heroes, die am Freitag rauskommt, vorstelle. Ist sie gut? Ist sie nicht so gut? Wo kann man das Monster spielen? Wie rupt man es im Early Game? Wie im Late Game? Und so weiter und so weiter und so weiter. Kurz vorweg zwei Sachen hier bei diesem Video. Das erste ist, ich ziehe das Video immer so auf, dass wenn Leute vielleicht es in ein, zwei, drei Monaten angucken, weil sie vielleicht den Light Gargoyle anderweitig gezogen haben, weil sie damals keine Hall of Heroes gespielt haben, können die Leute das Video auch angucken und somit herausfinden, ich habe den Light Gargoyle gespielt, wo ist denn der gut und ähnliches. Deswegen sage ich nicht nur, es ist gut, es ist schlecht und so weiter, sondern baut es wie gesagt ein bisschen detailreicher auf. Und das zweite ist natürlich, auch wenn diese Leute eben das in ein paar Monaten gucken, kann es sein, dass das Monster irgendwie gebufft, genervt geworden ist oder ähnliches. Deswegen alles, was ich jetzt sage, basiert auf dem heutigen Upload-Datum, dem 14.01.2021. Deswegen, wenn irgendwas da geändert wird in Zukunft, dann kann ich das natürlich nicht wissen. Auch basiert alles, was ich hier sage, auf meiner eigenen Meinung. Ja, ich spiele das Game jetzt auch schon knapp fünf Jahre und habe schon einiges an Erfahrung da gesammelt. Und anhand der Sachen von den Fähigkeiten, die ich sehe, analysiere ich halt, wo ich das gut finde und wo ich das nicht so gut finde und ähnliches. Deswegen, wenn euch irgendwie noch ein anderer Einsatzort einfällt, wo ihr sagt, oh, da ist da doch auch voll gut und ähnliches, dann kann das vielleicht sein. Ich nenne, wie gesagt, die Einsatzorte, wo ich wirklich davon überzeugt bin, da ist der wirklich sehr gut. Gut, also, der gute, ich weiß gar nicht, Pnecker, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall schauen wir uns einmal erstmal die Fähigkeiten von dem Guten an, wenn ich ihn finden würde. Hier. So, also, erstmal grundlegend zu den Base-Stats für ein 4-Star-Monster. Wir haben auf Level 60 knapp 10.000 Base-HP, 500 Base-Attack, 800 Base-Death, 93 Speed. Deswegen für einen 4-Star einigermaßen. Ist jetzt nichts atemberaubendes, aber jetzt auch nicht megamäßig Schlechtes. Ihr seht schon, es ist ein Verteidigungsmonster. Naja, deswegen der Death-Wert von 812 ist eigentlich ganz gut dabei. Eigentlich ist der Speed ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht. Was aber gar nicht mal so schlimm ist, denn wir brauchen gar nicht mal so viel Speed aufgrund der Fähigkeiten, die wir jetzt kurz durchgehen. Die erste Fähigkeit ist so, dass wir angreifen mit einem, Moment, muss ich kurz nachgucken, mit einem 180% Attack-Multiplier und außerdem 290% unserer Death. Ja, außerdem ist es so, dass wir eine 30% Chance haben, mit dieser Fähigkeit zu stunnen, den Gegner. Und wir können, wir bekommen außerdem, wenn wir diese Fähigkeit gemacht haben, wird unser Death-Wert um 30% erhöht. Und das lässt sich bis zu 5 Mal sogar stacken. Das heißt, je länger der lebt, je häufiger er Skill 1 machen kann, desto mehr Death bekommt er, desto tanky-mäßiger wird er, desto schwieriger ist er Down zu kriegen. Und auch, desto mehr Schaden macht er, weil, wie gesagt, diese Fähigkeit auf Verteidigung skaliert. Skill Nummer 2 mit Skill-Ups 3-Züge-Cooldown ist ein AOE, der ebenfalls auf der Verteidigung des Monsters skaliert. Und Provoke die Ziele für einen Zug mit einer 80 bzw. mit Skill-Ups 100% Chance für einen Zug. Wer nicht weiß, was ein Provoke ist, Provoke bedeutet, dass das gegnerische Monster, wenn dieser Provoke-Debuff trifft, dass dann das Monster in dem nächsten Zug nur die Fähigkeit 1 machen kann von dem Monster, was uns angreift. 100% Chance heißt nicht, dass wir das zu 100% treffen, sondern das bedeutet auch, dass es immer noch von Accuracy-Resistance-Berechnung abhängig ist und trotzdem noch weiterhin resistet werden kann. Außerdem ist das so, nachdem wir diese Fähigkeit gemacht haben, verwandeln wir uns in eine Statue, bis wir den nächsten Zug mit diesem Monster wieder angehen. Das Gute in dieser Statue-Form ist, dass wir dort 30% weniger Schaden bekommen und uns dann, wenn der nächste Zug startet, um 10% auch noch heilen. Und außerdem sind wir immun gegen alle CC-Effekte, also wir können nicht gesleept werden, gestunnt werden, gefreezt werden und so weiter. Es gibt einen einzigen Nachteil, einen Anführungsstrichen-Nachteil, nämlich, dass während wir in dieser Statue-Form bis zum nächsten Zug sind, können wir nicht angreifen. Was in der Tat relativ wurscht ist, aber im Sinne von Runden vielleicht noch ein bisschen was macht, worauf ich später noch gleich zu sprechen komme. Skill Nummer 3, und das ist eigentlich so das Herzstück von ihm, ist Statue of Trial. Und zwar ist es eine Passive, und zwar ist es so, immer wenn wir, wenn Panneka angegriffen wird von einem Monster, dann werden die Cooldowns, und zwar alle, von dem Monster, was uns angreifen, werden alle Cooldowns um zwei Züge erhöht. Zusätzlich kann dieser erhöhte Cooldown, den man hat, auf dem gegnerischen Monster dann, zusätzlich über die normalen Cooldowns hinweg auch nochmal drüber gehen. Ja, das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Vega greift uns an mit Skill 3, das hat dann fünf Züge Cooldown nach dem letzten Patch, der bald kommt, und somit, die Fähigkeit wird gemacht, hat dann fünf Züge Cooldown, und wird dann um zwei Züge erhöht, also auf sieben dann praktisch, und ist nicht praktisch dann gecappt nach dem Motto, ja, mehr als fünf geht nicht. Ja, das heißt, und es geht übrigens nicht auf Bosse, wie man hier auch sieht, weil das wäre sonst vielleicht ein bisschen zu OP, ja. Dennoch sehr gute Passive, wo man vor allem Monster, die hohe Cooldowns haben, und erst mit Skill 2, Skill 3 Fähigkeiten eigentlich erst so den richtigen Einfluss aufs Spiel haben, ja, also gegen Monster, die hohe Cooldowns haben, ist der sehr gut. Gut, deswegen, ähm, wo ist das Monster, wie gesagt, gut, das Monster hat eigentlich seinen Haupteinsatzort im PvP, finde ich, das heißt, das kann man für Siege Battle spielen, für RTA könnte man spielen, Haupt-, also vorzugsweise mehr in der Offensive, als in der, in der, in der Defense, weil, ähm, man, wenn man zum Beispiel gegen den spielt, dann weiß man, was einen erwartet. Ja, nach dem Motto, okay, Skill 2 provoked mich, deswegen spiele ich Immunity und ähnliches, um es zu verhindern, ähm, oder ich weiß, das Monster skilgt auf ganz viel Death, deswegen spiele ich ein Monster, was Death Ignore hat, zum Beispiel Kali oder Lucian oder Covenant oder ähnliches, deswegen kann man es da ziemlich leicht countern. Außerdem, wie gesagt, mit 93 Base Speed ist es relativ schwer, denn für eine Death zu bauen, selbst wenn ein Stripper dabei ist, ja, wie zum Beispiel Juno oder ähnliches, deswegen für mich wirklich ein Offensive Monster, ähm, hatte übrigens noch ganz vergessen, ein HP Lead auf Light Attribute für 40%, by the way, komplett im gesamten Game. Ähm, ich finde es sehr gut, wie gesagt, für die Offensives, ähm, in Kombinationen, entweder, wie gesagt, mit Strippern, wenn wir sehen, wir greifen ein Team an, was irgendwie Immunität hat, ja, vor allem für RTA, ähm, oder auch mit Monstern kombiniert, die einen Death Buff haben, deswegen zum Beispiel mit, äh, mit Emma kombiniert, auch dann sogar als, als Leader Skill, ähm, oder kombiniert mit Olivia oder Amelia oder ähnliches, ähm, denn, wie gesagt, je länger der lebt, desto stärker wird der einfach, ja, und der kann echt was reißen, wenn sich vor allem Skill 1 einiges, äh, hochstackt. Ähm, wie gesagt, im PvE sehe ich ihn eigentlich nur, wenn man möchte, wenn man möchte, wenn man möchte, könnte man es für TOA spielen, nach dem Motto AOE Provoke, ist tanky, kann die Cooldowns von diversen Sachen hochziehen, ich finde, es gibt sehr viel Besseres, man arbeitet sehr viel mit Stunts, man arbeitet sehr viel mit Dots und ähnliches in Team, Yo-E-Heart und ähnliches, ich wollte es erwähnt haben, aber ich finde, es gibt, wie gesagt, weitaus Besseres. Deswegen, ähm, wie würde ich ihn im Early Game bauen? Da ist, wie gesagt, für mich ein sehr PvP-mäßiges Monsters, würde ich es im Early Game überhaupt gar nicht bauen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr es trotzdem bauen wollt, ähm, würde ich euch raten, baut zum Beispiel, ähm, Death, Crit, Damage, Death. Ihr könnt aber auch beispielsweise rein tanky Supporter spielen mit zum Beispiel Death, Death, Death oder Death, Death HP, also in Slot 2, 4, 6. Ähm, deswegen, Hauptsache, ganz viel Death, dennoch ein gewisser HP-Wert, ähm, wäre hier wichtig und vor allem auch ACC, weil wie gesagt, Skill 1 kann es dann nennen, Skill 2 provoken und der Provoke ist vor allem relativ wichtig. Lag in Build oder höher, und da kommt es eben auch auf die Offsets drauf an, ja, da kann man jetzt einige spielen. Man könnte in der Tat Valen spielen, auch wenn wir mit der zweiten Fähigkeit dann sofort wieder, wenn wir ein Proc kriegen, aus der Statue kommen und diesen, diesen Damage Reduce gar nicht haben, aber dafür ist dieser Skill häufiger ready, wir können häufiger provoken, damit werden wir häufiger angegriffen, Skill 3 wird häufiger aktiviert und so weiter und so weiter, ja. Es ist kein Monster, was zwangsläufig Valen braucht, um wirklich zu funktionieren, ja, wie zum Beispiel irgendwie Purn oder ähnliches, ähm, aber es ist definitiv ein gutes Set. Was ich auch noch, ähm, gut finde, ist ein Guard-Set zum Beispiel, eben um Death zu stacken, man könnte Fokus spielen für mehr, ähm, ACC oder ähnliches und von Vierer-Sets gesehen fände ich auch noch in der Tat sehr gut Vampire, ja. Also, wie gesagt, er ist sehr tanky, je länger der Kampf dauert, desto mehr Schaden macht er wegen Skill 1 und wenn er dann total viel Death hat und sich dann auch aber noch gegenheilen kann, ähm, dann ist das eine Wall, ja. Ja, also, deswegen, mein Favoriten-Bild ehrlich gesagt, weil ich eben nicht dafür unbedingt Valendron entbehren möchte, wenn ich ihn bauen sollte, ähm, ist in der Tat Vampire. Offset. Offset meines Erachtens ist das Beste wahrscheinlich Will, man könnte aber auch, äh, Nemesis spielen und man könnte auch Revenge spielen. Und jetzt kommt das, was ich vorhin meinte mit Skill 2. Revenge bringt nur bedingt was, denn wenn wir in der Statuenform sind, können wir nicht angreifen, das heißt, die Revenge-Schonen in dieser Statuenform sind praktisch vergeudet, weil wir nicht revengen können. Allerdings, wenn wir nicht in der Statuenform sind, was ja auch häufiger der Fall ist, ja, weil die Fähigkeit immerhin drei Züge coolern hat mit Skill Ups, ist es so, dass wir, wenn wir revengen, dann Skill 1 praktisch schneller hochstacken können, auf diese maximal 5 Stacks, ja. Deswegen beide Möglichkeiten gehen, man könnte auch in der Tat noch ein Shield-Z spielen, wäre auch noch eine Option, ähm, aber ich finde, dennoch, obwohl Skill 2 da ist, finde ich Revenge Valend nicht schlecht, ja. Also der, der, der Traum wäre zum Beispiel, man macht Skill 2, bekommt sofort einen Valend-Proc, damit man gleich aus der Statuenform draußen ist, wird angegriffen und kann dann praktisch Revenge und sich sofort die 5 Dinger hochstacken, ja. Das, das wäre eine gute Kombi. Aber, ähm, da man Revenge nicht so jetzt beeinflussen kann, dass es jetzt wirklich häufig kommt und wir auch nicht Double, ich meine, wir könnten auch Double oder Triple Revenge spielen, ja, aber, ähm, ich wollte es erwähnt haben, es hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile des Revenge-Set, deswegen, ähm, mein absolutes Traumbild, in Anführungsstrichen Traumbild, wäre wahrscheinlich Vampire Will. So viel zu diesem Video, ich hoffe, das Video war hier für euch, ihr konntet ein Bild machen, jetzt am Freitag, wie das Monster ist, holt ihr, also, holen auf jeden Fall natürlich, ja, wegen, äh, auch Skill-Ups für andere Monster oder eben, falls das mal gebufft, genervt wird, dann habt ihr das, deswegen auf jeden Fall Farmen, aber ob es dann wirklich spielt, ist dann eure Sache, aber ich wollte euch einen kleinen Input geben, wie ihr spielen könnt und wo ihr spielen könnt. Vielen Dank, wenn ihr es gut gucken, wir sehen uns am nächsten Stream oder am nächsten YouTube-Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschau, tschau. Tschau.